Jetzt mal wieder vorausfinden aus der Metropa. Ich glaube, da ist Ausgang, oder? Dann gehen wir mal da. Was für ein Kleckstatt. Und hier soll ich meine Schwester finden. Ich weiß es nicht, also ich bin ja schon mal hier, also versuche ich mal die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wieder einmal. Damit mein Wissen ein bisschen aufgefrischt ist, wo das alles ist und wie man das alles erreicht.